Hallo zum Sport am Montag. Heute mit den ersten Ergebnissen und Meldungen vom Wochenende und wir legen los mit Basketball. Jubel am späten Sonntagnachmittag in der Paul-Horn-Arena. Im Topspiel der zweiten Bundesliga besiegten die Tigers Tübingen als Tabellenzweiter den Spitzenreiter Raster Fechter mit 79 zu 68. Matteo Seric war vor über 2.550 Zuschauern mit 21 Punkten der beste Werfer der Partie. Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen wir Ihnen den Spielbericht erst am Dienstag zeigen. Am Samstag sind die Tigers in Jena zu Gast. Zum Rückrundenauftakt feierten die Erstliga-Handballerinnen der Tussmetzingen einen 42 zu 28 Kantersieg bei den Vipers der HSG Bad Wildungen. Vor rund 300 Zuschauern führten die Tussis bereits nach 18 Minuten mit 10 zu 2. Die gute Abwehr und die tollen Paraden von Rebecca Nilsson ermöglichten uns einen super Start. Wir haben dann den Schwung komplett mitgenommen und die Führung weiter ausgebaut. Ich bin stolz auf die Leistung, so kann und muss es weitergehen, freute sich Trainer Werner Bösch. Wir haben heute in der Breite sehr gut gespielt und nahezu über 60 Minuten dominiert, so Sandra Erlingsdott hier. Lena Degenhardt mit 9 und Katharina Panzer mit 7 Toren waren die besten Werferinnen. Svenja Hübner fahrte nach Verletzung ihr Comeback. Nach dem ersten Auswärtssieg im neuen Jahr haben die Metzingerinnen nun als Tabellenfünfter 16 zu 10 Zähler. Am Samstag steht in Tübingen das Heimspiel gegen die HSG Blomberg-Lippe an. Die HSG hat 17 zu 11 Punkte. Etwas Pech hatte die Tuss bei der Auslosung der Pokal-Halbfinalpartien. Da trifft man Anfang April im Final Four in Stuttgart auf das Top-Team aus Bietigheim. Zudem stehen sich die HSG Benzheim-Auerbach und der VfL Oldenburg gegenüber. Auch der HBW Balingen-Waldstädten konnte sein erstes Rückrundenspiel für sich entscheiden. Der Tabellenführer der zweiten Bundesliga setzte sich vor rund 2000 Zuschauern in der Sparkassenarena mit 34 zu 27 gegen die Eulen Ludwigshafen durch. Wir müssen schnellstmöglich wieder in die Spur kommen, forderte Trainer Jens Bürgte nach der Heimpleite zuvor gegen Dresden. Ja, und das gelang den Galliern von der Alb um den wiedergenesenen Philipp Wistorob eindrucksvoll. Zur Pause hieß es bereits 20 zu 12. Moritz Strohsack erzielte acht Tore, Tobias Heinzelmann traf sieben Mal. Der HBW hat nun 33 zu 7 Punkte und damit Vierzähler-Vorsprung auf das Verfolger-Trio. Am Freitag geht es zum Tabellen-15. VfL Lübeck-Schwarthau. Die zweite des HBW reiste in der dritten Liga mit nur neun Feldspielern zu SG Leutershausen und hatte am Ende vor 600 Zuschauern mit 30 zu 38 das Nachsehen. Nach gutem Beginn lag man zur Pause mit 12 zu 19 zurück. Auf vier Tore kämpften sich die Jungen Gallier noch mal ran. Am Ende reichte es jedoch nicht mehr. Till Wente war mit zehn Toren der beste Werfer, Mika Schüler traf acht Mal. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, die Einstellung hat gestimmt und wir hatten immer wieder richtig gute Phasen, so das Fazit von Trainer Micha Thiemann. Mit jetzt 19 zu 23 Punkten steht der HBW 2 vor dem spielfreien Wochenende auf Platz 9. Der VfL Pfullingen feierte einen 43 zu 29 Kantersieg beim TSV Neuhausen-Vilder. Vor 450 Zuschauern war Niklas Roth mit acht Toren der beste Werfer. Zudem trafen fünf Spieler jeweils fünf Mal. Der VfL musste neben den langzeitverletzten Mühlhäusern Röller auch ohne Prinz und Rix antreten. Auch Coach Daniel Brack fehlte krankheitsbedingt. Invertrat der amtierende Co-Trainer und kommende Cheftrainer Florian Möck. Das war ein ereignisreicher Tag für mich, aber am Ende ist ja alles gut gegangen, so Möck. Ja und zudem rückten einige Akteure aus der zweiten Mannschaft nach, unter anderem Kreisläufer Hannes Werner. Den habe ich gefühlt am Nachmittag vom Sofa gescheucht und dann machte er es in seinem ersten Drittligaspiel überragend, lobte Möck den dreifachen Torschützen. Das war einfach cool und zeichnet auch wieder den VfL aus, so Werner. Wir hatten eine sehr, sehr gute Abwehr mit einem sehr, sehr guten Daniel Schlipphack im Tor. Es war ein rundum gelungener Abend. Der Klassenerhalt ist so gut wie geschafft. Vielleicht können wir jetzt auch wieder ein wenig nach oben schauen. Es sind nur noch vier Punkte, vielleicht haben wir ja noch das Glück. Blick Möck nach vorne. Der VfL hat nun 25 zu 17 Punkte und ist vor der Fastnetzpause auf Rang 5 notiert. Zwei Niederlagen gibt es von unseren beiden Oberligateams zu vermelden. Die Männer des TV Waldstädten mussten sich dem TSV Heiningen mit 24 zu 35 geschlagen geben und sind mit jetzt 6 zu 36 Punkten auf den letzten Platz zurückgefallen. Alilovic war mit sieben Toren der beste Werfer. Am Samstag geht es zum TSV Blaustein. Die Damen der HSG Schukab-Metzingen verspielten beim TV Möglingen eine 20 zu 15 Führung und zogen am Ende knapp mit 24 zu 25 den kürzeren. Das Siegtor für die Gastgeberinnen fiel eine Minute vor Schluss. Longin war mit zehn Toren die beste Schützin. Mit 23 zu neun Punkten steht die HSG vor dem spielfreien Wochenende auf Platz drei. In der zweiten Volleyball-Bundesliga setzte der TV Rottenburg seine Siegesserie im neuen Jahr Vordenfahrt in den fünften Sieg in Folge. Beim tabellenvorletzten TSV Mühldorf gewann der TVR vor 200 Zuschauern mit 3 zu 1. 25 zu 22, 24 zu 26, 25 zu 23 und 25 zu 21 lautete die Satzfolge nach einer engen Partie aus Rottenburgers Sicht. Trainer Jan Scheuermann musste krankheitsbedingt auf Routinier Dirk Milberg und Oli Knobelspieß verzichten. Für den Zuspieler durfte Jugendspieler Aurel Sprenger Bundesliga-Luft schnuppern. Das Spiel heute war extrem schwierig. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, dass wir gewonnen haben, so Scheuermann. In der Hinrunde hätten wir ein solches Spiel und die knappen Sätze noch verloren. Das zeigt unsere positive Entwicklung, ergänzt Kapitän Robin Leber. Mit jetzt 29 Punkten steht der Aufsteiger auf Platz sechs. Abends Hamstag ist der SV Schweig zu Gast in der Volksbank-Arena. Schweig hat nach vier Siegen in Folge nur einen Punkt mehr auf dem Konto. Zurück zum Basketball. Auch die zweite der Tigers war zu Hause erfolgreich. In der ersten Regionalliga Südwest gelangt dem Team von Trainer Manu Passios ein 102 zu 74 Heimsieg gegen Limburg. Die beiden Pro-A-Doppeldizenzspieler Bakari Dibau und Malz Ossi waren beim siebten Saisonsieg mit 24 bzw. 18 Punkten die besten Werfer. Ruven Hennig feierte nach seiner Knieverletzung nach einem halben Jahr Pause sein Comeback und erzielte neun Punkte. Der 16-jährige Emil Böhme traf zum Endstand. Am Samstag geht es zum starken Aufsteiger nach Söflingen. Eine 69 zu 76 Niederlage kassierten die Ravens der TSG Reutlingen beim Bundesliga-Nachwuchsteam in Ulm. Gaurina, Mosle und Duarte trafen am häufigsten. Drei Spieler fehlten. Krobic ist weiterhin gesperrt. Hägele war krank und Masic musste aus beruflichen Gründen passen. Zur Pause führte man mit 33 zu 26. Doch nach dem Wechsel blieb die TSG acht Minuten ohne Punkt. Ich bin sehr enttäuscht von meinem Team. Die Niederlage war völlig unnötig. Wir schaffen es nicht, ein Spiel konstant durchzuspielen, haderte Headcoach zu Nidis. Ich muss immer wieder improvisieren, weil irgendjemand ausfällt oder keine Leistung bringt. Reutlingen hat nun ebenso wie Tübingen 14 Punkte. Am Samstag steht das Heimspiel gegen den Tabellendritten Fellbach an. Die Fellbacher reißen mit doppelt so viel Punkten im Gepäck an. Eine Woche später kommt dann der TV Langen. Die nächsten beiden Wochen geht es daheim gegen die beiden besten Teams der Liga. Da können meine Spieler beweisen, dass sie es besser können, fordert der Coach. Zum Fußball im ersten Spiel in der A-Junioren-Bundesliga nach der Winterpause musste sich der SSV Reutlingen beim Karlsruher SC mit 1 zu 4 geschlagen geben. Draguling konnte die frühe Führung durch Seidel zehn Minuten später ausgleichen. Zur Pause führte der KSC mit 2 zu 1. In der Endphase erzielte Alpsäu noch einen Doppelpack. Der SSV hat als Aufsteiger nach elf Partien vier Punkte. Am Sonntag steigt das Kellerduell gegen Eintracht Trier. Trier hat bislang nur einen Zähler geholt. Regionalligist Ski-Balingen hat das Blitzturnier in Empfingen gewonnen. Nach dem torlosen Remis gegen die Gastgeber aus der Landesliga verhalte der Tabellenzweite der vierten Liga einen 5 zu 0-Sieg gegen den Oberligisten FC Holzhausen. Ferdinand traf doppelt. Zudem waren Ramser, Wohatzer und Wegelin erfolgreich. Es waren gute Tests und alle haben sich auch immer wieder überwunden. Wenn man dann schöne Tore schießt, tut es auch gut, freute sich TSG-Coach Martin Braun. Empfingen und Holzhausen trennten sich 0 zu 0. Am Samstag trifft die TSG in Dortarnhausen auf den Oberligisten FC Villingen. Eine 0 zu 8 Niederlage musste der SSV Reutlingen beim Regionalligisten TSG Hoffenheim 2 einstecken. Nach der frühen Führung fielen die letzten sechs Gegentore in den letzten 25 Minuten. Trainer Mike Stingel musste auf einige Spieler verletzungsbedingt verzichten. Am Samstag testet der SSV gegen den Verbandsligisten SSV Ehingen Süd. Verbandsligist TSG Tübingen gewann das Testspiel gegen die SG Deißlingen mit 5 zu 2. Hamdar traf doppelt. Die weiteren Tore erzielten Fieston Braun. Dazu kam ein Eigentor von Moser. Am Mittwoch ist die TSG beim TSV Hirschau zu Gast. Das Testspiel zwischen dem VfL Pfullingen und dem FV Ravensburg wurde abgesagt. Der VfL spielt bereits am Dienstag nun gegen den FC Rottenburg. Auch unsere höherklassigen Damenteams testen eifrig. Oberligist TV Däherndingen behielt durch Tore von Kern und Hildenbrand mit 2 zu 0 beim TSV Wendlingen die Oberhand. Am Mittwoch ist der TVD beim Regionalligisten VfL Herrenberg zu Gast. Die Verbandsligist Damen des TSV Frommern unterlagen in der Spielvereinigung Bernek-Zwerenberg mit 1 zu 2. Sehrring traf da zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Am Samstag misst man sich mit dem Oberligisten Hegauer FV. Der TSV Lustnau war nicht im Einsatz und bestreitet am Sonntag einen Test gegen die eigene Zweite. Das Beste kommt zum Schluss. Franziska Brause aus Eningen holte bei der Bahnrad-EM in Kränchen in der Schweiz nach Bronze in der Teamverfolgung Gold in der 3000 Meter Einer-Verfolgung. Die Team-Olympiasiegerin von Tokio und amtierende Weltmeisterin über diese Strecke setzte sich im Finale klar gegen die Britin Josie Kneit durch. Das war's vom Sport. Ihnen einen schönen Abend.